gut wir starten also wieder hier vor den toren dieser vermaledeiten stadt wir könnten natürlich auch diesen weg hier nehmen aber ich weiß nicht ob ich das möchte ich reite mal gerade zurück und holen wir mein zeug oh mein gott lasst mich bloß durch ich will nur mein staff holen was ist das denn da war ein bild wo ist ja mein zeug hier irgendwo ne ja 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 okay wir kommen wieder ich will jetzt erst mal weg hier das ist mir too much hier sind mir zu viele krasse gegner ich versuche mal andersrum da hinzukommen ich weiß nicht ob das geht das wetter ist auch nicht das beste der sum von eonia mit dem pferd kommen wir aber durch diesen scheiß hier oder kann man eigentlich wo ist das wieder so ein ding das probiere ich mal zu erwischen aber wo läuft denn der lang oh mein gott macht es mir eine kurve ok dann macht jetzt hier eine kurve ok ich komme nochmal hier hin moment man das war noch treffer ok warte der wird hier dran vorbeilaufen das heißt er macht jetzt hier seine seine runde kommt hier hin macht da hinten die kurve und kommt dann hier entlang ich wollte das unbedingt haben einfach mal einfach mal so ok da sollte ich vielleicht nicht rein in diesen ekelhaften sumpf winzig nicht voll schlimm danke hat aber nichts hinterlassen schade Das hat ja auch sein können. Das da ist eine Sackgasse. Da waren wir schon mal. Ich meine, da waren wir schon mal. Oh ja, oh mein Gott. Schnell weg hier. Aber ich habe auch das Gefühl, dass ich hier komplett falsch bin. Ich bin komplett lost. Ich glaube, wir müssen diesen Weg hier nehmen. Entweder von der Seite oder von der. Man kommt von hier nicht ran. Da sind diese Mauern. Wo möchte ich denn hin? Ich glaube, die Region hier, die ist schon hardcore. Die ist wirklich hardcore momentan für uns. Ich würde einfach sagen, wir versuchen hier hinzukommen. Und hier hin. Und zwar von diesem Punkt aus. Ja. Weil ich glaube, hier komme ich auch nicht drüber. Es sieht nicht so aus, als ob ich da drüber komme. Komm, wir reisen mal hier hin. Ups. Geh mal weg. Und dann nehmen wir einfach den Weg. Ja, ich nehme einfach den Weg. Bitte. Verdammt nochmal. Okay. Wir haben 2000 Runen. Das wird nicht reichen. Äh, wo springen wir hin? Ich muss doch hier rüber. Unser erstes Ziel ist dort hinten. Die Arena. Ich schaue mir das mal an, ob wir da diese Arena betreten dürfen überhaupt. Ihr wollt mir nicht an die Gurgel, oder? Doch, wollen sie. Aber kriegt ihr nicht. Ihr kriegt mich nicht. Oh, da sind wir da die Vögel und die Hunde. Die riesigen. Die sind mir alle egal gerade. Ich will einfach nur... Ja, oh mein Gott. Sieht der uns etwa? Das ist kein Ort, an dem ich bleiben möchte. Ja, okay. Ich muss hier irgendwie runterkommen. Wer ist denn da jetzt gestorben? Ich muss hier irgendwie runterkommen. Wie komme ich denn da runter? Da hinten ist noch ein Gebäude. Das ist interessant. Wie komme ich da runter? Ich suche mal. Ich suche mal gerade was. Oh. Ja, hallo. Dann machen wir doch hier erstmal einen kleinen Stopp. Die verlorene Gnade ist entdeckt. Wo sind wir denn hier überhaupt? Wie heißt das hier? Die Ruinen von Kalem. Kalem. Oder Kalem. Komm schon. Komm mal. Ich will kein Fußball spielen mit dir. Goldene Runen mal eins. Wir könnten diese... Diese Runen einfach nutzen. Und uns ein bisschen leveln. Wer ist denn damit? Warum mache ich das nicht? Ich bin doch schon da. Inventar. Wo sind meine Runen? Also. 49. Ja. Wie viel kriegen wir dadurch? Immerhin 9800. Wenn ich jetzt noch mehr verbrate. Wie hier vielleicht? Nein. Ja. Das wird ja auch ein paar Tausender geben. 3200. Auch gut. Ich möchte eigentlich nur eine Stufe nach oben kommen. Um zu sehen, ob wir diese Waffe dann nutzen können. Dieses... Dieses Breitschwert. 4800. Ich glaube, wir brauchen noch ein bisschen, um zwei Stufen zu erhöhen. Was bringen die mit Dinger eigentlich? Die Stufe 6er? 2000 Pro. Da ist nicht schlecht. Okay. Wir rasten und werden uns verbessern. Oh cool. Wir sind genau 111 Mal gestorben bisher. Verdammt. Darauf kann man echt nicht stolz sein. 28. Und jetzt. Kraft. Wir brauchen mehr LP. Wir brauchen mehr LP, Freunde. So. Okay. Wenn ich jetzt ausrüste. Sagen wir mal. Das Ding hier. Gucken wir mal, was wir jetzt alles ausrüsten können. Den können wir noch nicht. Da brauchten wir den Glauben für. Das stimmt. Oh, jetzt können wir auch die Handballiste nutzen. Das hat auch einen krassen Damage. Nehmen den mal. 164. Und unser Schwert hatte. 181. Blutverlust 55. Das hat gar keine Passiveffekte. Das heißt, wir dürfen da selber eine. Eine Asche drauf ballern. Mal gucken. Kriegsasche. Hierfür. Bodenschlag. Oder Stampfer. Ich nehme mal den Stampfer. Den schweren. So. Probieren wir die mal aus. Alter. Final Fantasy einfach. Final Fantasy 7. Okay. Die ist. Wow. Sehr behäbig. Wir probieren es trotzdem mal aus. Einfach nur, weil wir sie haben. Ja, vielleicht. Vielleicht bringt die auch nichts. Oh, hier ist ein Gegenstand. Hallo. Feuer fett mit Kordel. Nice. Was zum Henker ist hier denn los? Super behäbig. Die Waffe. Aber die haut halt drauf. Was passiert denn hier? Die explodieren einfach. Wie unangenehm. Alter. Okay. Okay. Also die Waffe ist schon stark. Die ist nur sehr langsam. Das stört mich ein bisschen. Da ist unser anderes Schwert besser. Mann, das nervt. Es tut mir leid. Die hier wäre natürlich geil, ne? Dafür brauchen wir aber 40er Stärke. Da sind wir noch nicht. Da sind wir noch nicht. Und die hier wäre natürlich auch geil. Glaube brauchen wir dafür. Nein. Das. Okay. Wir bleiben bei der hier, weil die ist schneller. Und die ist, glaube ich, auch ein bisschen stärker noch. Ich weiß nicht. Wir gucken mal. Wir gehen mal einfach weiter. Mal gucken, was hier passiert. Da ist ja noch so ein Typ. Ja, weiß ich jetzt nicht, welche von denen stärker ist. Aber die ist auf jeden Fall schneller. Die ist auf jeden Fall schneller. Da kommen wir jetzt hier auch Kollegen. Was ist das denn? Okay. Cool. Was zum Teufel ist das? Schwillender Schmetterling. Danke. Was ist das für ein Ding? Und wie kann man... Das sieht nicht so aus, als ob wir das zerstören können, oder? Also ich wüsste jetzt nicht, wo ich draufschlagen soll. Vielleicht von hinten anschleichen? Ich probiere es. I will try. I will try. Alter. Hier gibt es aber auch krasse Gegner. Wirklich. Nachricht lesen. Sprungangriff versuchen. Okay. Machen wir. Wenn der hier überhaupt gemeint ist. Oh, Moment. Ist das der Typ, der das lenkt? Das ist der Typ, der das lenkt. Fuck. Wir haben doch nicht mal den Sprungangriff gemacht. Äh... Was? Man muss einfach den Fahrer ausschalten. Okay. Feuerblüte. Hi, Freunde. Yo. Vier auf einmal. Nice. Ich sag doch, die war von dir hat es halt auch. Die hat es halt auch. Ey, Kollege. Man konnte seinen Angriff nicht stoppen. Ganz unangenehme Gegner hier, diese Feuerteufel. Das ist wirklich unangenehm. Komm auf dich zu und... Am besten noch umarmen die dich. Ich glaube, da bin ich tot. Wenn die mich umarmen und dann explodieren, dann adios amigos für immer. Dann heißt es adios amigos wie immer. Okay. Sprungangriff. Ich versuche den mal. Äh. Nein. Nein. Aber das hat geklappt. Man kann die Dinge also von... Man muss oben reinstechen. Sprungangriff funktioniert. Ich habe es leider... Ja, ich habe es verkackt, aber... Aber ey. Es funktioniert. Ähm. Wie komme ich denn jetzt wieder dahin? Von hier. Okay. Geht weg. Braucht nur den. Und dann weglaufen. Okay. Komm, 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 komm. Tschüss. Das ist schon ganz schön geil. Sehr, sehr cool. Das ist echt cool gemacht. Ich hätte nicht gedacht, dass es so gut klappt. Ich dachte, man musste den... Ähm. Den Fahrer erwischen, aber... Der Tipp hier... Nicht der Sprungangriff steht hier auf. Der Tipp von vorhin hat es gebracht. Freunde. Aber wie erwischt ich den denn? Vom Boden wird das nicht funktionieren, oder? Gegen wen kämpfen die denn da? Der läuft gegen das Feuer. Okay. Oh, hallo. Ja, gut. Auf euch habe ich jetzt ehrlich gesagt gar keinen Bock. Da hinten ist unser Marker. Oh, mein Gott. Die haben es wirklich eilig zu sterben, ne? Die haben es wirklich eilig. Unser Marker ist hier. Ja, ja, ja. Da würde ich doch schon gerne hin. Dieses Gebiet sieht so krass aus. Sehr bedrohlich. Und es ist auch sehr bedrohlich. Das muss man halt mal sagen. So. Hier irgendwo... ...ist also diese Fingerleserin... Wo ist sie denn? Ich kann die Map nicht öffnen, weil irgendjemand uns beobachtet. Wahrscheinlich die Feuerteufel da hinten. Da oben ist ein Vogel. Übrigens auf diesem Berg. Ah, hier ist... Ah, und da ist die Fingerleserin. Hier ist erstmal das Ding. Adler-Augenteleskop. Das schauen wir uns mal an von oben. Das Spektakel. Okay. Wunderschön. Es sieht einfach lebensbejahend aus. Es sieht einfach lebensbejahend aus. So, da ist auch noch ein Marker von uns. Ich glaube, das ist die Arena. Kann das sein? Weiß ich gerade nicht. Oder... Ne, da hinten ist die Arena. Was ist denn das da? Was habe ich denn da markiert? I don't know. Wir werden es herausfinden. Alter, die Map ist so groß. Es ist einfach riesig. Da müssen wir auch hin. Das ist gar nicht so weit entfernt von uns. Wir könnten mal zu dieser Burg. Die dürfte da hinten sein. Jawohl. Ah, Moment. Hi. Wir zeigen ihr natürlich meine Hände. Alter, die lächst ja nach unseren Händen. Das ist ja unfassbar. Are you one for festivals? Schon? Or flowers? Au. To the south. A grand festival. To make the stars turn. Okay. To the east. The heart and butt. Of a flower to be. Okay. But dare you enter into the heart of the scarlet rot. Boah, Scharlach-Fäule? Ne, da bin ich raus. What is here with you? Scharlach? Ne, Scharlach hat uns beim letzten Mal ganz schön zugesetzt, muss ich sagen. Da will ich eigentlich nicht hin. Hier will ich gerne hin. Guck dir das mal an. Dieses Gebiet, ne? Was hier abgeht. Ich glaube, wir haben nicht genug Runen, um irgendwas zu verbessern. Ne, nicht wirklich. Wir haben aber so eine Saat. Eine Ladung wurde hinzugefügt. Wunderschön. Heilige Trainer haben wir aber keine, ne? Nein. Echt? Gut. So, das bedeutet, wir haben jetzt acht Blechchen in unserem Besitz. Jede Flasche hilft weiter. Jede einzelne Flasche hilft weiter. So, komm mal mit. Wir nehmen diesen Weg. Und, ja. Ich würde sagen, wir schauen uns diese Burg da hinten an. Okay. Ja, ich muss jetzt nicht jeden einzelnen Gegner umhauen. Das muss nicht sein. Ich würde mir aber gerne die Burg ansehen. Was ist denn hier? Und bei Special Orten natürlich schaue ich mich auch um. Das ist ein kleines Lager von Soldados. Haben die was drauf? Okay. Okay. Zuschlagen können die Kollegen aber. Molotovs haben sie auch. Alter. Okay, das war, das war ein Griff ins Klo, ehrlich gesagt. Das war wirklich ein Griff ins Klo. Ich muss dir irgendwie anders erwischen. Ich muss dir irgendwie anders erwischen. Scheiße. So, wo ist denn mein Zeug? Hier irgendwo, ne? Dort irgendwo. So. Der Typ mit den Molotovs, ne? Der ist wirklich mega ätzend. Der Typ mit den Molotovs. Den sollte ich auch erwischen als erstes. Als einen der ersten. Ja, hast du uns gesehen? Bewachst du etwa die Kiste, mein Freund? Wo ist der Typ mit den Molotovs? Kann ich meine Wölfe? Kann ich nicht. Okay, das liegt sehr gut. Das liegt immer sehr gut. Ich kam nicht an. Aber das reicht auch. Der sieht aus wie so ein Tempelritter. Ritter, Großschwert. Radar, ein Ritterstulpen. Wow. Geil. Okay, Ritterstulpen und... Schlimmer eine Zeit. Und ein Schwert. Ritterstulpen. Radar-Ritterstulpen. Die sind ein bisschen besser. Hier und da ein bisschen schlechter. Also, das macht keinen großen Unterschied, ehrlich gesagt. Aber körperliche Schadensresistenz ist etwas höher. Aber es geht mehr Rotes runter. Das gefällt mir nicht. Leider. So, was ist jetzt mit dem Schwert? Ähm... Ritter, Großschwert. Ist das denn schnell oder ist das nicht so? Okay, das ist auch so ein Riesending. Moment, ich tausche das mal um gegen... gegen diese Waffe hier. Ist schlechter. Ist ein bisschen schlechter. Ein bisschen. Schade. Schade. Naja. Vielleicht, wenn ich es verbessere. Aber da würde ich eher unser jetziges Schwert verbessern. Okay. Das hätten wir. Da unten ist wieder so ein Kesselkopf. Das ist ja ein Traum. Was ist denn da unten los? Wenn ich mal fragen darf. Was macht ihr da? Soldaten. Kesselkopf. Und ein Zauberer, glaube ich, ist da. Da ist noch ein Zauberer. Hm. Der ist sehr gut bewacht da. Was bewachen die denn da? Hm. Soll mir gerade egal sein. Denn wir... Wo wollten wir denn hin? Wir wollten eigentlich zu der Burg. Da hinten. Das wir jetzt verlassen mal bei der Burg erstmal. Das schauen wir uns an. Das Spektakel. Das ist verblasste Erdenblume. Erdenblattblume. Entschuldigung. Da ist noch so ein Doggy. Okay. Ich sehe schon wieder so ein Ding. So ein Apparatus. Würde ich vielleicht von der anderen Seite mal angreifen. Ja, ja, ja. Von hier vielleicht. Na, komm her. Ja. Alter, wir machen immer Doppelangrufe. So, das war er. Komm her. Thanks. Der da unten hat nichts mitbekommen, oder? Komm, das probieren wir nochmal. Yes. Und explodieren die dann auch? Alle drumherum? Mega-episch. Das ist mega-episch. Das ist echt geil. Schmiedestein. Merci. Oh, da ist wieder so ein Ding. Was seine Kurven macht. Also seine Runden dreht. Wo läufst du lang? Hallo? Wer? Da lang? Nein. Nein, nein, ich will dich gar nicht. Na gut, komm her. Oh mein Gott. Oh, da kommt ein zweiter. Relakten-Tritt. Ich dachte, ich habe mich das im Lauf. Das wäre natürlich sehr geil. Befürchte aber, das klappt nicht. Nein. Wo sind diese... Okay, die kämpfen gegeneinander? Können sie ruhig. Habe ich kein Problem mit? Und rennt zu. Hier irgendwo? Okay, das ist zu wild gerade hier. Was hier passiert. Lass dir mal seine Runden drehen. Nein, das war knapp. Ich glaube, das war knapp. Also hier läuft er dran vorbei. Kommt schon. Äh? Achso. Okay, der kommt nochmal zurück, ne? Das kann doch nicht wahr sein. Das gibt es doch nicht. Kommt der nochmal zurück? Ja, ne? Wohin, wohin, wohin? Okay, das... Ziemlich blöder Weg, den er hier nimmt. Mann, leck mich doch. Okay. Weißt du was? Es wird langsam sehr spät. Die Aufnahmesession ist schon sehr, sehr lang. Ich werde das in der nächsten Folge auf jeden Fall nochmal versuchen. Dieses Feuer ist gerade eine kleine Rettung für mich. Dass wir von hier wieder beginnen können. Ich kann, glaube ich, meine... Die kann es auch erhöhen, oder? Meine Stufe. Tatsache. Geist. Geist. Kondition. Ich möchte schon diese... Diese goldene Hellebarde ausprobieren. Das heißt, ich muss... Muss ich meine Weisheit oder mein Geist? Ich weiß es gerade nicht mehr. Ich gucke nochmal nach. Vorsichtsalber. Äh, ich glaube, es war Glaube, ne? Glaube muss auf 12. Auch wenn ich Glaube nicht wirklich erhöhen möchte. Aber dafür... Mache ich eine Ausnahme. Glaube 10. Äh, Moment. Ja. So. Und dann... Kann ich sie zwar immer noch nicht ausrüsten. Weil uns fehlt noch... Ein bisschen was an Glaube. Und zwar zwei Stufen noch. Oh, das kriegen wir hin. Vielleicht mache ich auch noch eine... Eine Ruhensammelrunde. Allerdings außerhalb des Let's Plays. Und... Ähm... Damit... Wir da so ein bisschen stärker hervorgehen... In der nächsten Folge. In der nächsten Aufnahmesession. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, Freunde. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Schreibt mir doch gerne Kommentare, wenn ihr uns... Äh, sagen möchtet... Wo ich am besten hingehen sollte. Und wo ich was verpasst habe. Mit Sicherheit habe ich tausend Sachen verpasst. Ähm... Irgendwelche geilen Gegenstände verpasst. Und, ähm... Es wäre nett, wenn ihr mir sagt, wo ich nochmal hingehen sollte, um mich umzuschauen. Also... Vielen Dank schon mal für die Hilfeleistung. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Adios, amigos. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao.